Hallo Leute, Hensuko auf den Kasten, Aua Stuntlet Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World, Lego City Undercover, eigentlich wollte ich heute Fortnite mit euch spielen, also Battle Royale, allerdings, ja, muss ich ein Update machen und ich habe aktuell keine Zeit, da jetzt 100, ja, großartig zu warten, das heißt, relativ schnell geht das, aber trotzdem, also ich hätte keine Zeit, jetzt das Update zu machen, deswegen kommt einfach morgen dann einfach fort, also praktisch einfach ein bisschen verwechselt, Ihr seht vielleicht auch ein bisschen, dass aktuell sehr oft dieses Spiel hier kommt, weil ich finde, dass es einfach ein geiles Spiel ist und ja, das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, als manch andere Spiele, weswegen ich jetzt einfach das Spiel erstmal spiele, genau. Ich wollte eigentlich auch City Skylines 2 zocken mit euch, also zocken, allerdings gibt es das aktuell gerade nicht, man kann es irgendwie nicht downloaden, also das ist im Game Pass drin, also, ne, und man kann es da aktuell gerade irgendwie nicht downloaden, vielleicht wurde es auch irgendwie rausgenommen, jetzt, kann natürlich auch sein, ja, auf jeden Fall werde ich es irgendwann spielen, dann habt ihr ein Video, wenn es da draußen ist, so, okay, wir bauen jetzt hier erstmal alles ab, Das haben wir eigentlich in der letzten Folge, glaube ich auch schon gemacht, oder ich habe es auf Screen gemacht, kann auch sein, allerdings wurde das nicht gespeichert, deswegen muss ich es jetzt nochmal machen, aber macht nichts, dann könnt ihr das nämlich jetzt hier sehen, so, okay, So, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal hier dieses Ding, das blaue da, einmal suchen, so, machen wir jetzt auch einmal kurz, zack, 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 So, ah, das ist hier drin, okay. Ah, Dynamit ist hier, so, gut, anscheinend müssen wir, Ah, jetzt wird er, glaube ich, wach. Nee, doch nicht. Ha, das kann man laut sagen. So, bauen wir hier mal, was wir bauen sollen. Ah, damit wir da hochkommen, okay. Gut, gehen wir mal kurz hier runter, weil hier unten war ja auch noch irgendwas. Wie sollen wir denn auf die andere Seite der Höhle kommen? Okay, wir brauchen 22.000 von den Dingern. Die habe ich natürlich nicht. Wir gehen aber erstmal kurz hier hinten hingucken. Dazu werden wir hier mal kurz zum, äh, Dieb. So. Okay. Jetzt sind wir wieder Bergbauer. Oh, oh, das bedeutet Ärger. Bam. Bam. Und tschüss. So. Wollen wir das hier auch mal kaputt? Zack, zack, zack. So. Na, ein paar Dinger fehlen uns noch, um das zu bauen. So. Der ist kaputt gemacht. Perfekt. So. So. Kann ich das bauen? Hm. Nächstes Mal, wenn ich eine Spritztor mit der Lore mache, sollte ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nicht mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Okay. Bam. 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 So, hier rechts ist noch irgendwas. Ah, das ist hier für die Dinge nütz. Ja, ich weiß doch. So. Komm her. So. Oha, was ist das denn hier? Der Vorarbeiter wollte mich sicher nur veräppeln, als er sagte, das ist in der Miene Spuk. Hm. Hat mich da was berührt? Okay. Zack. Und zack. Batz. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Ach, man. Ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweißer des Angesichts. Wie gerne wählt doch Buch. So. Blunte anzünden und Abstand halten. Okay. Jetzt explizieren wir uns hier ein bisschen. Okay. Okay, wo geht's hier hin? Schön hier einmal alles einsammeln. So. Was ist das hier drin? Ah. Zwei fehlen mir noch. Dann habe ich 22.000. Boah, fast runtergefallen. Oder man fährt halt so runter, das geht auch. Aber ich habe hier sogar was entdeckt, während ich runtergefallen bin. So. Boah. Echt zu blöd, hier hochzukommen. So. So. Gut. Jetzt aber. Boah, war das knapp, habt ihr gesehen? Das will mich doch verarschen. Wie soll man denn da jetzt hinkommen? Ich bin echt zu blöd, da hier rüber zu kommen. Warte. Jo. Zack. Wie soll man denn jetzt da rüber? Ah, so. Den ganzen Tag haue ich steine und schleppe Felsen von A nach B. Da darf ich doch wohl abends mal die Füße hochlegen. Ja, auf jeden Fall. So, und rutschen wir mal. Ich habe gesagt, dass wir schon sechs Tage keinen Unfall mehr hatten. Vielleicht brechen wir diesmal sogar den Rekord. Ja. Ist das Gold? Ah, nee. Das ist nur das Bonbonpapier, das mir vorhin runtergefallen ist. Warte ich ja aber auch die ganze Zeit labern, ey. Gut, ich glaube, ich bin jetzt wieder hier unten und kann das jetzt endlich mal bauen. Alles, was man hier braucht, kommt erst Monate später. Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Okay, tschüss. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Ja, ich glaube, ich knall jetzt hier gleich irgendwo hin. Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh, okay. Das sollte ihn aufhalten. Beine dran, Arme dran, Kopf dran, immerhin bin ich noch in einem Stück. Auf jeden Fall. Okay. So. Okay, da ist irgendwas gerade runtergefallen. Noch mehr Schurken, Stinker muss in der Nähe sein. Perfekt, er ist in das Wasser gefallen. Der auch. Äh. Zack, zack, zack. Au-wa. Ja, ich habe es ja nicht geschafft, hier hochzukommen. Hier fliegt gerade ein Heli drüber, okay. So, wir machen hier wieder mal alles erstmal kaputt. So. Zack. Ah, ich muss da hoch, okay. Gut, gehen wir mal da hoch. Ah, da brauche ich wieder Polizei. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Ne, nicht da rein. Oh, warte mal, vielleicht ist da tatsächlich irgendwas noch Geheimes drin. Ne, ist es nicht. Er hätte ja vielleicht was drin sein können. Aber da ist nichts drin. Oh, muss ich jetzt wieder den hier nehmen. Er hat sehr viel Bock drauf, den hier zu nehmen. So. Oh. Oha. Was war das für ein Move? Das war ein interessanter Move, den ich gemacht habe. Nice, nice, nice. Der ist runtergefallen. Perfekt. Verstand jetzt irgendwas? Ich habe aber nichts gelesen, weil ich gerade beschäftigt war, hier alles abzubauen. So, wir müssen erstmal eh wieder hier alles abbauen, schön. Zack, 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 zack. So. Bam, bam, bam. Zack. Ah, ich glaube, das ist wieder so ein Automat, ne? Wo ich dann wieder Dynamit kaufen kann. Ja, ist es. Gut, währenddessen tue ich einfach mal... komme ich hier nicht rein. Ne. Ne, komme ich nicht, okay. Gut, wir müssen erstmal wieder Häftling werden. So, Häftling, zack. Und dann... Dann einmal hier Dynamit kaufen. So. Zack. rein damit. Und einmal springen. So. Zack, zack, zack. Wieder bauen. Perfekt, perfekt, perfekt. Ah, jetzt geht es hier hoch. Okay. Okay. So. Das frage ich mich auch, wo der ist. So. So. zack. Okay. Was ist hier drin? Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Haaaaaaah! Ich verstecke das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Okay. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Ha! Wow! Lass den! Er kann sowieso nichts machen. Okay. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein geschenkter Lego City Polizei. Oh! Hey! Das geht ab! Oh! Ah! 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 Oh, die haben mich gehabt. Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass dann, wie mich hergeschickt hat. Dirk. Oh. Ich hab nach einem Bergmann gesucht. Aber... Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia! Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Aber... Wieso dann? Ich war in der Gegend. Und der Arme. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erstmal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Okay. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord, seid ihr auch vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hab einen Traum auf den Tag. Haut rein, euer Sandu. Ciao, ciao.